Hallo und Willkommen! Heute wollen wir mal die WanderTown und FinderTown finden. Schauen wir mal, was klappt. Ich habe jetzt in den englischen Versionen geladen, also englische Schrift meine ich jetzt natürlich. Und ja, das ist das. Logistik. Ok, jetzt muss ich glaube ich schon eine andere Version nehmen. Und dann nochmal versuchen zu laden. Ok, ich glaube wir müssen eine andere Version haben. Das schauen wir jetzt mal rein. Gucken wir mal was hinhaut. Wusterklappen irgendwie, ne? Das erste und das zweite Mal dann nochmal. Hm, englisch, das erste Version. Und die dritte Version davon, aber ich glaube wir nehmen. Ich versuche mal die Version. So, nochmal versuchen das Ganze. Ich hoffe es klappt. Wie gesagt, wir wollen die WanderTown finden. Ich hoffe es klappt heute auch. Damit. Ich glaube eben, dass die Jungen facken. So. Damit ich auch lesen kann. Ja, das ist Pokémon Green System. Hier ist jetzt Pokémon Green with the EvanderTown. oder Musik. Later. So. Musik. Let's start again. And load again. I hope it goes. I like it. Yohooo. Ok. Let's go. Next Versuch. Next turn. Second one. I played with Spur. Testature. Or animals I think. Oh. Nice nice. Next turn. Zoom, setOnce it was a Star-du. Now that it comes Stammy. Level 20, Level 20, Ex-Torn Oh nooo, das ist schlecht Stopp! Oh shit No Get it Hm Oh no Nice That's bad Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Okay We can lose so schwach so 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 danke sorry so 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 oh Aber so 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 Nein, aber der Tablet Der Tablet Guck! 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 Hello! I know you're a good fan! Got you! Hsc! Guck! 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 Guck... Guck.. Shit! G minimizing myяper Ja! Guck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020